Okay, los geht's. Hi, ich bin nach langer Zeit endlich wieder da. So, und erstmal möchte ich mich vorstellen bei denen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Dunja, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Bremen. Und ich bin eigentlich schon seit Sommer 2010 bei den Nosy Roses. Aber ich brauchte erstmal eine Auszeit, aber dazu komme ich gleich erstmal. Ja, ich bin gerade unglaublich aufgeregt, weil ich habe schon so lange kein Video mehr gemacht. Und das heißt für mich erstmal wieder von Null anfangen. Ich bin noch irgendwie ein kleines bisschen zitterig gerade, obwohl ich eigentlich nie Probleme vor Kameras hatte oder so. Aber ich bin echt total aus der Übung. Und eventuelle Versprecher, Aussetzer müssen wir da wirklich entschuldigen. Ja, dazu bin ich noch erkältet. Also nicht wundern, falls ich mich ein klein wenig wie Sven anhören sollte. Nein, das ist nur Spaß Sven. Das ist nur Spaß. Weißt du, ich hab dich lieb. Ähm... Klar, Zeit hätte ich auch unter anderem gehabt. Aber ähm... Wenn ich irgendwas hingeklatscht hätte, worauf ich gar keinen Bock habe... Damit hätte ich euch keinen Gefallen getan. Und damit hätte ich mir auch keinen Gefallen getan. Dann möchte ich mich erstmal noch bei allen Nosy Rosys bedanken. Für ihre Geduld und für ihre Unterstützung auch. Ähm... Die haben mich zu der Zeit halt auch begleitet. Und die meine... Ich war auch immer überlegen komplett auszusteigen. Einfach weil ich diesen ähm... Hänger hatte. Aber sie haben zu mir immer gesagt, nein Dunja... Mach einfach weiter. Und ähm... Im Grunde war ich nie ganz weg gewesen. Ich war einfach eher so im Hintergrund ähm... Aktiv gewesen. Und hab ähm... Bei Gruppendiskussionen ähm... War ich immer dabei gewesen auch. Haben die gesprochen. Ähm... Ja, bei mir zuhause hat sich auch ähm... Also persönlich hat sich auch ganz viel geändert. Und ähm... Das Wichtigste... Ja, nicht das Wichtigste... Aber eins von den wichtigen Dingen erstmal zuerst. Ich hab mich von meiner Mama geoutet. Und ähm... Das war vor einigen Monaten gewesen. Und... Ich hab's nicht geplant. Ich hab's total spontan gemacht. Wir... Ähm... Wir saßen abends auf der Couch im Wohnzimmer. Ich sag, Muddi. Du bist doch tolerant, ne? Muddi sagt, jo. Und ich so, ja. Ich bin lesbisch. Und sie so, ach, das wusste ich schon. Und dann meinte ich zu ihr, ich so, echt? Hast du da echt kein Problem mit oder so? Sagt sie, nee, wieso? Du bist doch meine Tochter. Ja. Und ich bin Hollywood-Oscar-reif. Bin ich in Tränen ausgebrochen. Und bin ihr erstmal um den Hals gefallen. Und war unendlich erleichtert. Und ich muss sagen, ähm... Seitdem hat sich das Verhältnis von mir und meiner Mama nochmal etwas mehr gestärkt. Was auch wunderbar ist. Ähm... Ja. Ich hab Familienzuwachs bekommen. Nein, ich war nicht schwanger. Ähm... Unseren Zuwachs, den zeig ich euch mal am Ende. Es lohnt sich. Der ist ganz süß. Und... Was war noch? Ähm... Boah. Ich hatte mir ne Liste geschrieben, ähm... Aber jetzt hab ich vergessen, wo ich die Liste hingelegt hab. Also eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. Ich komm einfach mal jetzt einfach direkt, ähm... Boah, ich bin aufgeregt. Achja, ich hab ne neue Kamera. Ich hab mir ein Stativ-Kamera. Ich hab mir, ähm... Alles neu besorgt. Um einfach ein bisschen bessere Qualität. Aber die Kamera und ich sind noch nicht so ganz aufeinander eingestimmt. Deswegen, ähm... Falls das Video jetzt nicht so in besonderer Qualität oder Lichtausführung ist, äh... Nimm mir das nicht übel. Ich bin noch nicht so... So tight mit der Kamera einfach. Ja, zum Wochenthema, ähm... Äh... Zum Wochenthema haben wir das, ähm... Verlieben in das andere Geschlecht. Äh... Ist mir noch nie passiert. Kann ich gleich sagen. Ist mir noch nicht passiert. Also, ähm... Wenn ich jetzt sage... Ich bin der Meinung, das wird mir nicht passieren. Dann rufen ja gleich wieder Rhabarber. Rhabarber so. Nee! Kann man ja niemals sagen. Das stimmt. Aber... Es ist... Es ist nicht etwas, was ich in mein Leben irgendwie einkalkuliert habe. Oder erwarte. Oder... Sowas in der Richtung einfach auch. Ähm... Deswegen, ähm... Die anderen haben eigentlich schon super drüber gesprochen. Sven. Ähm... Sarah. Hannah. War da noch jemand? Mia? Weiß ich grad gar nicht. Auf jeden... Doch, Mia! Ach, sie ist ja jetzt Mittwoch dran. Genau. Ähm... Die haben auch schon viel drüber gesprochen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich eventuell mal so ein bisschen biologisch in das Thema hineingehe. Ähm... Das betrifft jetzt eher die Frauen. Die Herren, ähm... Ja... Können wegschalten oder weiter gucken, wie sie möchten. Und zwar... Die Frau hat ja... Einen Uterus. Ne? Also... Gebärten, so eine Gebärmudi. Und, äh... Eierstöcke und so. Und hat ja diese Eizellen. Und dann gibt es ja diese besonderen drei Tage, in denen eine Frau schwanger werden kann. Das ist der sogenannte Eisprung. Und zu der Zeit... Also, es ist mir auch selber schon aufgefallen. Und vielleicht auch euch auch. Und das könnte vielleicht der Grund sein, warum ihr euch irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie zu irgendeinem Mann hingezogen fühlt. Ohne, dass ihr irgendwie Ahnung habt, wieso, weshalb, warum. Und zwar... Der Eisprung. Also das Ei. Man sagt ja auch, man hat ein Ei am Wandern, nicht? Ähm... Da ist... Also zu der Zeit ist man ja besonders fruchtbar. Und jedes Geschlecht hat seine eigenen, äh... Hier gibt es ja Testosteron und Östrogene. Aber, ähm... Diese... Diese... Diese Eizelle reagiert sozusagen auf das Testosteron eines Herren. Die euch... Äh... Der eventuell in eurer unmittelbaren Nähe ist. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie... Äh... Körper... Wirklich nur körperlich. Erregt. Und auch nur irgendwie einen Gedanken gehabt zu haben. Dann seid nicht gleich geschockt oder fallt aus allen Wolken. Ich schwitze. Äh... Fallt nicht aus allen Wolken. Es kann euer Eisprung sein. Und... Ja... Alles andere haben die anderen schon gesagt. Und meine Stimme verabschiedet sich langsam. Also... So... Meine Stimme ist wieder einigermaßen da. Ja... Was ich dazu... Ja... Da kann ich das Thema nicht sagen. Ja... Verliebt sich in Menschen. Nicht in Geschlecht. Bla bla bla. Kennen wir ja schon. Ähm... Dann fließt alles wieder wie ein... Wie Flitzekacke. Wisst ihr ja. Und... Ja... Ich werd auch versuchen so auch wie möglich zu posten. Also... Wir sind im dreiwöchigen Wechsel. Ähm... Jen ist noch in Dublin. Und... Ähm... Laura wird demnächst auch erstmal ähm... Außer Lande sein. Und... Ähm... Wochenenden hab ich ja relativ Zeit. Deswegen find ich das auch gut, dass es jetzt am Sonntag ist. Sonntag ist meiner Meinung nach sowieso mal ein Scheißtag. Schon als Kind gehasst. Dann... Ähm... Müsste es gut gehen am Sonntag. Ja... Dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Ähm... Wenn's gefallen hat... Kann gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht... Dann gebt mir einen Daumen runter. Oder... Irgendwas. Ist mir eigentlich... Wurscht. Ähm... Schreibt mir Kommentare. Über das Thema... Ob ihr... Ja genau. Ob ihr das mit den... Was ich euch erklärt hab mit diesen Einsprungen... Ich muss jetzt nicht wirklich erklären was... Wie das funktioniert. Ich meint ihr hattet alle Unterricht und Bravos und bla bla. Peter Aida Minimum dieses Buch. Wer das vielleicht kennt. So wie versprochen zeige ich euch Familienzuwachs. Ähm... Er gehört eigentlich meinem kleinen Bruder. Ja... Er ist klein. Er wird auch schon 19. Aber... Er hat sich ihn halt äh... Aber ich hab mich auch sofort in ihn verliebt. Total süß hier. Das ist Diego. Kann man ihn sehen? Ja. Ist er nicht süß? Er ist ein äh... Er ist eigentlich mega putzig. Also... Ich finde ihn total niedlich. Er ist eigentlich süß. Guck mal. Oh... Diego Baby! Ja... Ja... Ist eigentlich eine Mischung aus dem Hamster und dem Maus. Ja gut. Soviel zu... Zu dem Familienzuwachs. Ich wünsche euch was ihr Lieben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und äh... Freut euch aufs nächste Mal. Wird besser. Wird besser. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. So ne? Es ist wie mit einem Fahrrad fahren. Wenn ich lange in keinem Fahrrad gefahren bin und dann erstmal wieder auf den Sattel steige, dann eier ich auch rum. Wie... Als wenn ich gerade meine Stützräder abgekriegt hätte. So. Dann macht's gut ihr Lieben. Bis dann. Eure Duni. Ciao.